Ein Traum war von Kindheit an immer sehr stark. Ich will zum Meer, ich will meine Wünsche irgendwo am Meer erleben. Ich habe einen Platz gefunden, wo ich alleine hinging, einen kleinen Bach, und da habe ich ein Blatt ans Baumes genommen, habe dem Blatt gesagt, bitte bringe meine Wünsche ans Meer. Ich wusste, dass jedes Wasser zum Meer geht. Musik 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 Heute bin ich glücklich und stolz, dass ich nach 29 Jahren, einige Monaten sagen kann, ich bin immer noch vor diesem Feuer und immer noch selber voll Feuer. Musik Als Kind hatte ich Angst, weil ich da was nicht machen kann, was ich tun kann. Musik Musik Und als Kind hatte ich Angst, weil ich da was nicht machen kann, was ich tun kann. Musik 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 Ich wollte anders leben, als meine Familie gelebt hat. Ich wollte endlich mal ein bisschen Freiheit haben. Da kam der Wunsch, Ernesto, ich will weg, ich muss weg. Das kam immer stärker, das Verlangen, jemand zu sein, etwas zu erreichen, eben irgendwie das Gefühl haben, etwas zu zählen, auf was ich stolz sein darf. Leider war meine Stiefmutter nicht diese Frau, die man sich wünschen kann. Die war eine Stiefmutter, die, wie im Märchen, uns hat sie halt gedemütigt, ihr seid ihr so nichts wert. Und das hat mich dann noch mehr verbittert, bis ein Deutschlehrer hat mir gesagt, Ernst, du bist viel mehr wert, du bist viel mehr wert, als du zeigst. Er hat mir mein Selbstvertrauen zurückgegeben. Das ist Ernesto. Weil ich habe viel, eine sehr spezielle Beziehung. Für mich ist es ein Vorbild und manchmal, ich habe so viel mit ihm Diskussion gehabt, weil wir sind sehr als Charakter, Ernesto und ich, wir sind fast gleich und sind wie zwei Mount Everest, das sind am Kämpfen. manchmal, ich sage, dass ich liebe und manchmal, ich sage, ich hasse ihn, weil wir sind sehr, sehr, sehr gleich. Aber er hat viel für uns gemacht. Nach Abschluss meiner Mechanikerlehre hatte ich sehr, sehr gute Noten an der Besten im Kanton Zürich und durch diese guten Noten konnte ich mich bewerben bei einem Formel-1-Install. Der mich dann genommen hat als Mechaniker, mein Ehrgeiz hat mich dazu bewegte, mutig hinzugehen und zu arbeiten. Das erste Rennen in Daytona Beach, der erste Sieg, das zweite Rennen in Siebring, der zweite Sieg und schon war ich als 21-jähriger Junge schon ein kleiner Star und ich wusste gar nicht, was mir passiert. Plötzlich stand ich da am Rampenlicht, mein Idol, auch ein armer Mann, der auf sich hochgearbeitet hat, hieß Joe Sifford, das war mein Lebensraum, sowas zu tun, was er auch macht. Er hat dann leider einen Unfall gehabt im Brent Hatch, ist er durch einen Unfall verbrannt, lebendig verbrannt im Auto. Ich habe gehört, dass ich im Auto saß in Genf, habe das mitbekommen, hatte einen Schock und plötzlich kam die Idee oder der Wunsch oder was immer, ich wusste nicht, was es ist ein Wunsch oder eine Vision oder was es ist, hat mich gesagt, du musst das irgendwie weiterführen von diesem Joe Sifford. Tutta la sua vita è un po' verrückt. Das deutsche Team, ATS, hat gesagt, Ernesto, du kannst bei mir fahren, ich unterstütze dich, du hast ein großes Herz, einen schweren Fuß und ich will dich aufbauen zum Formel 1-Fahren. Dummerweise ist auch diese Versprechung ging weg, ich musste was tun, was mir wieder was bringt, was ich wieder jemand sein kann. Dummerweise ist es schwierig, weil es eine Person so strange und speziell ist, dass es nicht leicht zu beschreiben ist. Es ist aber auch eine Person sehr wunderschön, sehr intelligente und auch ein Beispiel für mich, mein Vater. Ein Job bei der Schweizer Rückversicherung war ich verantwortlich für die ganze Anlage, habe gearbeitet, wie es sich gehört und hatte mehr Lohn denn je und das war so eine Firma mit allem Luxus, was man sich vorstellen kann. Die Pensionskasse wurde bezahlt von der Firma. Ich war traurig, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass man so das Leben plant, dass man sich einfach so hingibt und wartet, bis man pensioniert wird. Vielleicht erlebt man die Pension, aber die ganze Stress, die Angst vor dem Pensioniert sein, wer ist so groß, dass man vielleicht das gar nicht erlebt, dass man vielleicht vorher stirbt. Ich habe meinen Bruder gesehen, in meinem Traum, Taktraum, ich habe wirklich spürt, das ist etwas Irgendes Schlimmes. Da wurde er zum Untersuchung gebracht, ins Spital geführt und ein Hirntumor diagnostiziert und auf dem Weg ins Spital hat er gesagt, ich gebe mir ein Jahr Zeit, ein Jahr Zeit zum Verabschieden. In dem Lauf des Jahres, dass ich da mit ihm begleitet habe, habe ich gespürt immer wieder, dass es neue Visionen gab. Und plötzlich sehe ich Massavecchia. Ich habe gesagt, ich kenne die Toskana, ich kaufe ein Haus in Toskana. Ich weiß, wie es ausschaut, aber ich weiß noch nicht, wo es ist. Ich werde das Sitzende eines Hauses in Toskana. Ich wusste, dass ich zu wenig Geld hatte. Ich wusste nur, dass ich es tun muss. Ich wusste auch, wenn der Bruder stirbt, wenn er wirklich sterben muss, dann wird mich niemand aufhalten, dann werde ich ganz sicher gehen. Leider ist der Bruder wirklich gestorben, ein Jahr nachdem, dass er ins Spital geführt wurde. Und ich war dabei, ich habe ihn begleitet, den Tod. Er hat die Fähigkeit gehabt, Menschen zu trösten, obwohl er der Mann war, der sterbt wirklich. Zufall, wieder vielleicht Schicksal, habe ich eine Agentur gefunden, die Häuser verkauft in der Toskana. Ja, wir haben sowas da unten im Dorf. Unter dem Dorf liegt ein Haus, das heißt Massavecchia. Ich habe genau gesehen, wie es ausschaut. Ausgestiegen, das ist es. Es war das erste Haus, das erste, was ich gesehen habe, ist das, was ich gesucht habe, ist das, was ich gesehen habe. Ich muss es haben. Ich konnte kein Wort italienisch, das war für mich wirklich eine Fremdsprache. Weil es sehr wichtig ist, dass es ein Sorriso für jemanden kommt, eine disponibilität ist. Und das ist das, die Leute fühlen, weil es nicht mehr in der Welt ein Rapport umano gibt. Ein Jahr später war ich hier. Im August, im August bin ich angekommen, alleine, mit einem Freund. Ich habe angefangen, Brombeeren zu schneiden, habe angefangen, die Zimmer zu räumen vom Hühnermist, habe angefangen, was zu tun. Auf jeden Fall, das ist unglaublich. Ich habe trotzdem, es ist so, ein halbes Jahr später, Anfang März, habe ich das Massavecchia aufgemacht. Ich glaube, er war ein Visionärer, weil 30 Jahre vorhin es nicht so leicht war, zu denken, über etwas wie das. Ich habe mich interessiert für neue Sachen, ich war offen für neue Sportarten. Und für mich ist es ein sehr interessanter Arbeit, weil wir uns in die Gemeinschaft erzielt haben, dass wir uns in die Gemeinschaft erzielt haben, dass wir uns in die Gemeinschaft erzielt haben. Da gibt es so Räder, da kann man in den Wald gehen. Ich habe mich voll, voll reingegeben, habe alles gemacht. Ich wollte Leute, die kommen mit mir biken. Mein Glück kam Thomas Frischknecht 1990 das erste Mal zu mir. Als 20-jähriger, junger Rennfahrer, war schon Weltmeister, irgendwie und wollte sogar Weltmeister im Biken. Er war hier bei mir und hat sich dann irgendwie wohlgefühlt und hat sich eine Freundschaft entstanden. Ernesto, ich helfe dir, ich helfe dir meistens, es ist gut, was du machst. Ich helfe dir die Touren, mir Touren machen muss, ich helfe dir und so. Geschäftspartner klingt für mich jetzt gar nicht so als der treffende Begriff, wenn ich an Ernesto denke. In erster Linie ist er ein Freund von mir und wir haben viele gleiche Interessen, haben uns da in der Entwicklung von Masa Vecchia gut ergänzt. Ich habe plötzlich gemerkt, dass ein Mountainbike ist doch kein Sport, der mehr Leute begeistern kann. Und das hat mir gezeigt, dass nicht an sich denkend die größte Folge gehabt habe. Die Leute haben nicht von Masa Vecchia geredet, die haben von dem Remmer geredet. Ich folgte den Leuten, meinen Freunden und Bekannten, wollte ich meiner Gegend sein. Und so ging es immer weiter. Ich muss fast sagen, er ist einer der Pionieren, der als erstes Mountainbike-Fähren mit Trails angeboten hat. Ich glaube, das ist nicht mancher früher als er gewesen. Und das ist schon beeindruckend, dass er diese Vision so früh hatte. Er hat früh erkannt, dass Trails wichtig sind für die Biker. Und er hat wunderschöne Trails in das Land gezogen. Ernesto Hutmacher hat der Bike-Community mit Masa Vecchia einen Platz erschaffen, an dem sich sämtliche zweiradbegeisterte Menschen treffen können. Mein Auto hat mich jetzt an, wo ich jetzt bin. Es nimmt mich überall auf den Welt, und es bewegt mich jeden Tag. Ich habe Ernesto mitgekündigt, er sieht aus wie ein sehr cooler Typ. Er hat uns heute Morgen auf den Weg gegeben, er hat uns die Traile gezeigt. Und was ein Ort, er hat hier. Es ist ziemlich hervorragend. Masa Vecchia hat einen ganz besonderen Spirit. Es geht alles um Mountainbike, um das Lebensgefühl Mountainbike. Es braucht da immer verschiedene Plattformen, um diese Community am Leben zu erhalten. Und da hat Ernesto etwas geschaffen, was ziemlich einmalig ist hier. Eigentlich fast so wie in einer Familie wird man hier aufgenommen. Es ist fast fast wie zurückzukommen. Ich will Emotionen verteilen. Ich will Emotionen leben geniessen. Das ist mein Luxus. Ich schätze an ihm, dass er nie stehen bleibt. Dass er immer vorausschaut und sich immer weiterentwickeln will. Oder nicht sich, sondern Masa Vecchia und das Mountainbiken hier in der Toskana weiterentwickeln will. Er bleibt nie stehen und macht immer vorwärts. Dass dieses Rad, das dreht und dreht und dreht. Ich glaube, dass die neue Konstellation mit meinen beiden Kindern, mit den anderen beiden Jungen, die mir helfen möchten, dass ich das schaffe, mit der neue Art von Masa Vecchia und dem Alten weiterzuführen. Dass ein Neu-Masa Vecchia den gleiche Geist hat wie das alte Masa Vecchia. Das ist ein Neu-Masa Vecchia. Das ist meine Familie, die hinter mir ist es nicht so schön. Das ist eine Familie, die hinter mir ist es nicht so schön. Massavecchia ist mein Haus, mein Haus, mein Leben und meine Leben. Ich mache alles für Massavecchia. Ich bin nate und in Massavecchia geworden, aber bis jetzt nicht gekommen bin. Ich bin in Massavecchia. Jetzt bin ich gekommen. Ich bin in einem Ort, wo ich sehr liebe. Wir sind eine große Familie. Das ist die Macht von Massavecchia. Das ist so wichtig, dass es so wichtig ist und so interessant ist. Man hat immer die Wille zu machen. Immer wieder. Immer mit der Gioia. Ja, okay. Massavecchia ist uns sehr stark ans Herz gewachsen. Für mich sehe ich das nicht nur als Business oder als Geschäft, sondern das ist eine schöne Sache, die wir hier zusammen haben. Und ja, um das Geschäft geht es woanders. Ich bin älter geworden und habe das Gefühl, dass ich jetzt angekommen bin, weil ich jetzt glaube, durch all die Umwege, nicht am Endziel, aber ich bin angekommen und das, was ich sage, ein Leben angekommen bin. Wir kommen an einen Punkt, wo ich weiß, dass das Leben auch ohne mich weitergehen sollte. Das war mein Ankommen. Mein Ankommen zu wissen. Ich bin hier. Ich bleibe hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wobei ich bin hier. Hier sterben. Ich bin hier. Na SAS-Kurse. Auf Maxowitsprache. AUDIO- You can have all you ever wanted Roger, Roger Bigger, bigger Jeter, holes and dreams Every time you fly higher than the sky Shine brighter than the stars You can have all you ever wanted You know you could You can have all you ever wanted You can have all you ever wanted You can have all you ever wanted This summer day Now we get all you ever wanted These are things